Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Männerlords. Ja, wir sind ja leider nicht im besten Zustand, muss man sagen. Wir sind mittlerweile im Minus. Wir werden dauernd angegriffen. Unser Örtchen ist ziemlich dem Untergang geweiht. Auch wenn ich jetzt hier mittlerweile Häuser baue, die relativ viel Fläche brauchen und wir die Kleinen eher abreißen, um Fläche zu sparen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange unser Ort das durchhält. Weil jetzt leiden schon wieder Familienhunger. Wir haben leider einfach nicht die Kapazität dafür, diese Felder zu machen, weil wir werden dauernd überfallen. Dauernd ist irgendetwas, wir sind einfach dem Untergang quasi geweiht, weil immer wenn Nahrung kommt, ja, unser Dorf leider niederfällt. Also ich hoffe zwar drauf, dass wir jetzt irgendwie vielleicht eine gute Ernte einfahren können, weil die Felder sind rein theoretisch sehr promising. Wenn wir uns das anschauen hier. Es wäre gut, was wir hier reinkriegen können. Die hier oben sind einfach komplett Schrott. Ich glaube, die tue ich wirklich abrennen. Die tue ich abreißen, abrennen, ja, weil die sind komplett unnütz. Fünf Gerste, ganz ehrlich, abreißen. Dann mache ich ein paar Häuser noch hin, ein paar Schicke. Aber die Felder bringen sich hier weniger. Hier sind ein paar Felder, die vielleicht einen Ertrag bringen könnten. Aber ja, es ist nicht so optimal, wie man es gerne hätte. Das hier finde ich super, dass das jetzt noch 25 bringt. Die sind nicht so optimal. Ungeschütze Vorräte durch Nest. Oh, jetzt schon wieder, ja, das ist halt... Was liegt denn da? Auf Lager. Da liegt einfach ein Lager. Was liegt denn hier? Hier liegt doch nichts. Bedürfnisse sind nicht erfüllt. Ich bin Obdachlosigkeit. Wir haben Obdachlosigkeit, okay. Das bedeutet, wir können hier nochmal ein Haus hinbauen. Er würde mir hier wieder sagen... Oh, drei... Nein! Stopp. Abreißen. Ich glaube, ich muss für das Spiel echt nochmal verstehen, wie die Nahrung funktioniert, wenn ich das nochmal mache, weil... Nahrung bestimmt halt gerade unseren kompletten Spielstil. Jetzt ist die Frage, ist das mehr oder weniger? Das passt schon so. Und somit eigentlich auch das komplette Spiel, weil wir einfach nicht selber wirklich viel machen können. Und das macht es halt echt ein bisschen anstrengend auch. Also muss man ehrlich auch sagen, es ist halt einfach aktuell anstrengend. Wir haben zwar schöne Wälder erzeugt, absolut. Aber sonst halt nicht wirklich viel. Wo sind unser Holz vielleicht? Ist der noch immer im Dorf? Der ist eigentlich noch im Dorf. Du kriegst jetzt von mir einen begrenzten Arbeitsbereich. Ich arbeite fürs Erste mal wieder bitte hier. Warte mal, wir reduzieren das Ganze. Fäll da drin. Es ist halt leider echt so, dass das nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Ich hoffe, dass das sich mit der nächsten Zeit ein bisschen ändert wieder. Stück für Stück. Schau mal, die könnten jetzt hier auch zum Beispiel eine Farm machen. Aber dafür fehlt uns jetzt wieder Geld. Weil wir einfach nicht genug mehr auf Lager haben. Es sind halt diese Kleinigkeiten, die uns dann leider doch ein bisschen was kosten. Schau mal, Handelbretter. Kann ich mir nicht leisten, weil ich kann es nicht handeln. Ich tue immer noch den Weizen importieren, kann das sein? Kein Handel, aber ich könnte. Fleisch habe ich in den Import immer noch aktiv. Den machen wir keinen Handel. Weltweises Marktangebot, kritische Nachfragepreise sind deutlich erhöht. Ja, ich habe keinen Fisch leider. Ich habe ja keine Fische. Ich würde gerne, aber ich habe keinen Fisch. Eisen muss ich jetzt auch mittlerweile einstellen, weil Eisen habe ich nicht mehr so viel. Ich kann auch keinen anderen Handel gerade machen. Eisenteile. Brennholz, Garn hätte ich viel auf Lager. Aber ich habe leider nicht die Mittel gerade. Schau mal, was passiert, wenn ich auf 150 Mal reduziere. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will Eisen importieren. Eisenerz kostet mich zum Importieren allein 13. Wie soll ich denn da draus einen Gewinn machen? Ich habe eine Eisenbahn gerade auf Lager. Ich brauche diese Minen rein theoretisch sehr dringend. Bloß die Meinung fällt halt von mir, weil die Besteuerung so hoch ist, weil wir irgendwie Geld brauchen. Ich glaube halt ehrlich gesagt, dass das Lost Cause mittlerweile ist und wir echt sehr knapp davor sind. Also ich hoffe, dass wir jetzt die Nahrung diesmal dingsen können, ansonsten drehe ich eh da echt durch. Ich weiß noch nicht, was ich tun soll oder ob ich heulen soll. Das werden wir dann sehen, würde ich sagen. Hier, aber schau mal. Wir haben hier Felder mit wirklich gutem Ertrag dabei. Wenn wir das Ganze farmen könnten würden, würden wir glaube ich keine schlechte Erzweifung machen. Und hier sind es 10%. Also das ist... Hier sind es 27% und wir machen Dinge. Also es gibt schon Felder, die gut laufen können. Hier, das ist... Da werde ich auch jetzt nicht das Weizen reinhauen, weil 64% ist übel. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert, wie ich es mir hoffe und dass wir das dann auch farmen können. Wir brauchen halt leider ein bisschen Geld und Nahrung ist leider immer noch eine sehr rare Ressource bei uns hier. Oh, die haben ja das Menü hier überarbeitet. Guck mal, jetzt kannst du sagen, was du hier drin lagern willst. Das ist natürlich eine sehr spannende Handwerksmaterial zum Beispiel. Aha. Haben sie das jetzt beim Demlager auch überarbeitet? Erweitert? Oh ja. Ich kann jetzt sagen, was wo gelagert werden soll. Oder ich könnte eine Militäranlage machen oder sowas. Schick, schick. Nicht genügend Vorräte, ja. Die Nahrung ist halt absolut ein Horror. Kannst du sagen, was du willst. Habe ich nicht irgendwo nochmal einen Jäger gebaut, weil ich wissen wollte, was passiert? Ich bin jetzt auch mal schon, was hier mit dem Wald passiert. Der müsste jetzt wahrscheinlich dann ein bisschen hochkommen. Wie lange brauchen denn die noch? 84 Tage, bis die hier weggemäht werden kann. Aber der Ertrag kommt mir schon gut vor. Die Frage ist, ob ich eher früher das Ganze ziehen will, jetzt mal von bestimmten Feldern, wo ich vielleicht nur eins verliere oder ein bisschen was. Ich weiß schon mal, dich kann ich doch mittlerweile... Welt wird sofort abgeerntet, ohne die Entezeit abzuwarten. Kommen die jetzt? Ich habe doch angehakt. Äh... Bitte machen. Warum kommt da jetzt zum Beispiel keiner? Ich habe doch extra darüber gebeten. Nein, ich will es nicht abbrennen. Ich will es farmen. Oh, da kommen die jetzt nicht zu. Schauen wir mal, ob wir noch so ein Feld haben. Dich zum Beispiel. Ich halte diese Massen anderen Leuten, die rumlaufen. So, die Leute holen das jetzt. Dann müssten wir jetzt hier bei uns in der Farm das erste Weizen noch haben. Jawohl. Schick. Dann schalten wir hier die frühzeitige Ernte wieder aus. Oh ne, die darf ich nicht ausschalten oder was? Doch, darf ich. Super, dann kann ich damit schauen, dass ich jetzt die Felder, wo ich sage, da kriege ich genug Ertrag schon für mich. Das da würde ich jetzt gerne schon mehr holen. Schauen wir mal, ob wir noch so ein paar haben, die direkt gehen. Das muss auch sein, dass das direkt gemacht werden kann. Weil da kriegen wir halt schon ein bisschen Weizen raus. Wir können schon anfangen, Brot zu produzieren. Und selbst wenn sie uns angreifen, haben wir etwas. Weil das ist ja die meiste Sorge eigentlich, dass wir nichts mehr haben zum Essen, weil einfach, ich werde wieder angegriffen. Was soll ich machen? Jetzt tun sie da oben das Feld machen, weil wir kriegen auch ein bisschen Flachs natürlich raus. Das ist natürlich super. Zehnte bezahlt abgegeben, da waren 37. Zahle ich gerade mit meiner Nahrung? Inzwischen haben wir schon, was hier passiert ist. Jetzt machen wir natürlich wieder die frühzeitige Ernte aus. Na, Scher, die tun das jetzt hier schon vorbereiten für das nächste Jahr. Ach nee, das wird dann nochmal geerntet, oder was? Also frühzeitig ernten heißt, du könntest vielleicht eine zweite Ernte einfahren, oder wie? Auch interessanter Ansatz. Steht da noch mehr dabei? Ohne die Ernte, das minimale Pflanzwachstum für alle 15%. Also nach 15% würden sie das ernten. Ich würde irgendein Feld gerne nehmen, wo ich das testen kann, über längere Zeit. Wo man mal wirklich sagt, man macht einen Test. Das ist jetzt zum Beispiel sehr ertragreich. Muss ich ja leider sagen. Also ertragreich ist das sehr, sehr groß. Das... Das sollte uns auf jeden Fall hier voranbringen. Und... Ein gutes Stück eigentlich was bringen. Oh, wir können uns mittlerweile hier die Felder leisten. Das ist super. Dann machen wir hier noch ein paar Chickens rein. Und hier machen wir nochmal eine große Karottenfarm rein. Dann sollten wir doch hoffentlich irgendwann mal auf einen grünen Zweig kommen, oder? Also ganz ehrlich. Muss ja irgendwann mal... Vorangehen. In dem Ganzen hier. Wenn ich mir das so anschaue. Die Miele ist halt leer. Irgendwo... Ah, ja. Langsam haben wir wenigstens mal die Schulden beglichen. Aber ich glaube nicht, dass wir das in 177 Tagen soweit kriegen, dass wir gut im Plus sind. Und die Leute sind immer noch sehr, sehr unzufrieden mit dem, was eigentlich aktuell passiert. Ich müsste die Kirchenstufe rein theoretisch mal erhöhen. Dafür müsste ich halt jetzt einen komplett neuen Zweig hier mit dem Lehmvorkommen aufmachen. So. Hey, warte mal. Wir können gerade... Wir farmen gerade. Ohne, dass wir überrannt werden. Was ist denn hier los? Wir können Felder farmen, ohne dass wir umgebracht werden? Was denn hier los? Ist ja ganz erstaunlich. Ich bin gerade baff. Ich bin gerade richtig baff. Hätte ich nicht erwartet, dass wir das machen dürfen. Tag 0. Sie können es doch bis zum nächsten Jahr gleich stehen lassen, oder? Oder ist das dann ein Fehler? Weißt du was? Das ist nicht so wichtig. Wir machen hier die frühzeitige Ernte jetzt mal an. Schauen, was passiert. Und rein theoretisch müssten wir jetzt hier überall gute Mengen an Zeugrand kriegen. Natürlich muss es regnen. Leutert mal bitte schnell alles auf, was ihr noch hier findet. Das wäre sehr gut, wenn wir alles nicht mehr auf den Feldern hätten am Ende. Ich schätze hier aus. 66 hier drin und hier 105. Keine schlechte Ausbeute, finde ich. Keine schlechte Ausbeute. Das sollte unserer Mühle auch gut was bringen. Jetzt müssen sie natürlich gerade die Felder noch machen. Aber wir sind, glaube ich, ganz gut unterwegs jetzt. Das sollte das Ganze ein bisschen voranbringen. Hier oben machen wir jetzt noch ein paar Häuser rein. So, da brauchen wir auch noch ein großes Haus hin. Die kriegen dafür noch Zusatzleute rein. Du auch. Mal schauen, wie schnell die Felder jetzt werden. Ja, mit der Masse. Okay, ich habe auch zwei volle Bauernhöfe für die Felder jetzt. Ich habe hier schon ordentlich reingetrieben auch. Das bringt mir jetzt fünf. Alter Verwalter. Ich glaube irgendwie, dass meine Farmen nicht unbedingt das Ertragreichste mehr hier sind. Wenn ich mir das so anschaue, Ertrag 1. Das kannst du mir nicht erzählen, dass Ertrag 1 ist. Guck dir das an. Das ergibt absolut keinen Sinn. Das ergibt so absolut keinen Sinn. Ganz ehrlich. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sagen muss. Aber sie haben hier komplett den Verstand verloren. So, wir sind bei 121 Tagen. Wir sind bei minus drei wieder Zehnter. Die Kollegen müssen hier nochmal schnell farmen. Beziehungsweise die Felder bestellen. Angeblich auch nur eins. Das kann... Hä? Wildes Spiel mir jetzt sagen. Ach, jetzt hast du ein gutes Jahr gehabt. Jetzt kriegst du gar nichts mehr. Jetzt habe ich doch extra geschaut, dass wir das alles gut mal auf die Reihe kriegen. Warum kriege ich ihn schon wieder auf den Deckel? Guck mal, die haben jetzt hier auch Karotten. Alles drum und dran. Es sollte doch ganz gut laufen, oder? Wie schaut es eigentlich mit unserem Militär aus? Ja, ganz in Ordnung. Zwar nicht voll ausgebildet, aber klar. Die machen auch gleich jetzt alles fertig. Ich hoffe mal, das größere Ding auch gleichzeitig heißt größerer Ertrag. Weil sonst bringt sich das Ganze natürlich auch am Ende nichts. So, die machen jetzt da draus das. Der Kollege produziert jetzt Mehl. Sollte doch kein großes Problem sein, oder? Oh, guck mal. Die Kollegen haben jetzt da drin schon das Holzloch geschlagen. Dann werden wir ihn... Hier hinten mal den Wald aufgeben. Dann können unsere Kollegen von... dem Forsthaus sich um das Ganze kümmern. Ich erhöhe mal von denen die Work Area. Und zwar von beiden Häusern. Die sollen ich relativ viel machen dürfen. Weil ich tue dann einfach immer wieder mal den Forst hinsetzen und sage, äh, äh, unseren Holzfäller. Und der soll dann halt da und dort mal was machen. Der große Speicher hat jetzt schon relativ viel Mehl drin. Der sollte uns Mehl machen. Wie blöd, hoffe ich doch mal. Auf jeden Fall kommt hier Mehl raus. Das ist super. Also ich glaube, wenn er genug kriegt, sollte das absolut kein Problem sein. Dann können die Kollegen hier von der Stadtbäckerei hoffentlich auch gleich mal, ähm, uns ein gutes Brot machen. Dann sollte das mit der Nahrung hoffentlich in die richtige Richtung gehen. Ähm, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich das bei uns relativ... Oder dass ich das relativ schlecht gemacht habe. Ganz ehrlich. Ähm, mit dem neuen Fisch, glaube ich, könnte man da viel machen. Aber wir haben leider halt auf dieser Karte keinen Fisch, weil die wurde ja davor generiert. Und ich glaube nicht, dass das nachgeneriert wird. Und ich sehe auf jeden Fall hier keinen Fisch. Leider. Ich glaube, sonst habe ich mich relativ gut geschlagen. Also Nahrung, ja, ist richtig schief gelaufen. Ich glaube, da habe ich ein paar Bärdeentscheidungen getroffen auch. Also ich glaube nicht, dass das nur am Game liegt. Ich habe da sicher auch, ähm... Mein Teil dazu beigetragen, dass das nicht so läuft, wie man es hätte wollen. Aber guck mal, jetzt wächst nicht da unten. Hier wächst jetzt auch wieder ein Weizenfeld. Oder muss ich immer wieder die Weizenfelder umziehen? Ja, guck mal, jetzt ist hier zum Beispiel ein rechts roter Einflösser. Hier ist grün. Wir hatten doch am Anfang nicht einmal grün. Das ist ja der nächste Punkt. Weswegen ich jetzt eigentlich hier... Guck mal, was hier Roggen ginge. Hier wäre Roggengut. Und Früchte in Arbeit. Ja, okay, Früchte sind auch noch. Gerste. Gerste habe ich ganz schlecht hier. Flachs. Soll ich hier vielleicht ein bisschen Möglichkeit? Weizen. Ja, habe ich auch nochmal in 1-2-Spots. Gibt es hier auf der Karte... Schau mal, das Gebiet an. Das ist komplett grün. Da könntest du richtig gut farmen. Guck dir das an. Holy shit. Ja, vielleicht habe ich auch grundsätzlich einfach falsch entschieden. Vielleicht hätte ich einfach... Ich gucke auch grün wie Sau. Klar, die Eisenmine wäre nicht so gut. Die wäre mini gewesen. Wie wäre es denn auf dem anderen richtig grünen Gebiet gewesen? So als Interesse. Ich hätte hier Standardwild gehabt. Ich hätte eine Standardmine gehabt mit 167. Ich hätte ein Steinvorkommen gehabt. Bedeutig, ich hätte relativ früh wahrscheinlich expandieren müssen. Aber ich hätte wahrscheinlich gut Nahrung gehabt. Hier das Gebiet ist ja auch der Hammer. Wildbärengroß, das wäre Hammer. Nahrung hättest du hier richtig gut gemacht. Du hättest wahrscheinlich nicht so viel Eisen gehabt. Bedeutig, Militär müsstest du handeln wirklich heftig. Oder direkt schauen, dass du so ein Nachbargebiet mit vielleicht einer guten Eisenmine kriegst. Wenn du eine hast. Oder du musst halt relativ schnell schauen, dass du aufs Eisenforst kommen gehst. Ja, nicht genau das, was ich gemacht habe. In dem Fall leider. Aber wir haben gleich dafür dieses Mal echt zur Abwechslung mal keine schlechte Dinge gemacht. Die machen uns jetzt schon Brot. Beide. Das sollte hoffentlich helfen, dass unser Nahrungsbedarf gut läuft. Oder relativ gut läuft. Ah ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist nicht so gelaufen, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber ja, was soll man sagen dazu, ne? Das ist halt einfach echt blöd gelaufen. Aber solange wir wenigstens mit dem Brot über den Winter drüber kommen oder sowas, wäre das ja schon mal ein Vorteil. Solange keiner mehr hungert. Und warum blinkt meine Kamera gerade? Ich habe irgendwas gesagt, was mich interessiert hat. Glaube ich, sind wir da ganz gut auf einem Weg. Und wenn wir die Möglichkeiten haben, den Winter zu überleben. Wir sind schon im Februar, das ist ein gutes Zeichen. Und wir haben bis jetzt keinen Hunger gehabt. Das bedeutet, wir könnten hoffentlich mit der Nahrungsproduktion, weil wir haben immer noch 184 auf Lager an Mehl, es in den Sommer schaffen. Und ich habe jetzt rein theoretisch echt viel Gelände mit. Vor allem, bloß schaut mal an 1 von 2. Ey, was will denn der mir nicht verkack eiern? Das kann doch nicht sein. 22% ist nicht so extrem schlecht. 30% sicher auch nicht. 19. Ja, okay, das ist eine ganz beschissene Idee. Warum habe ich denn das gemacht? Hier 24, 1 angeblich. 45%. Und ich kriege nur 7 Weizen. Das kann nicht sein. Also ich sehe es mal so, wir sind jetzt immerhin schon... Ja, okay, wir werden trotzdem Minus machen bei der 10. König ist verschuldet wieder mal. Leider, 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 leider. Jetzt wird es wieder Sommer. Das ist wenigstens ein positiver Teil. Und die farmen jetzt und kriegen sie... Haben sie dann wirklich was auf den A? Oh, schau dir, wir holen jetzt Karotten hier raus. Also jetzt kommt so die Farm... Farmen die jetzt alle ihr Zeug hier? Scheint so. Also scheinen wir jetzt die ersten Früchte sammeln zu können von unserer Ernte. Ja, die natürlich noch nicht so extrem. Aber ich glaube, selbst die werden jetzt ein gutes Stück... Oder nee, farmen die... Tun die jetzt an? Ich glaube, die pflanzen jetzt noch an. Im Gegensatz zu den anderen, die das Ganze jetzt hier sich sozusagen rausholen können. Große Speicher hat immer noch Mehl drin. Aber wir haben schon wieder einen Monat auf Lager. Das ist mal zur Abwechslung nicht schlecht, finde ich. Aber ich würde trotzdem sagen, dass das nicht so gelaufen ist, wie es sein sollte. Und mit dem Fisch, glaube ich, wird das nochmal eine ganz andere Spielsituation. Also allgemein. Ich müsste mein Dorf ein bisschen anders aufbauen. Ich müsste viel größer auf jeden Fall auch die Gebäude hier machen. Ich habe viel zu eng gemacht, weil ich Masse haben wollte auf kleiner Fläche. War ein Fehler. Ich hätte mehr schauen müssen, dass ich früh... Lebensmittellager ist voll. Was? Wait, what? 27 Karotten. Das ist übel. Wurden jetzt die Karotten abgeholt? Nein, noch nicht. Holy shit. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Das sage ich mal so, weil wir kriegen jetzt unsere Beeren rein. Wir haben immer noch 80 Mehl. Bedeutet, wir produzieren immer noch rein theoretisch Brot. Die Leute haben zu viel Karotten. Was ja der Hammer ist. Und die sind einfach stinkesauer. Wegen der Besteuerung. Ich müsste vielleicht schauen, dass sich das irgendwie ändern kann. Weil aktuell sind die alle nicht happy. Bloß wir sind halt einfach im Minus die ganze Zeit. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber das scheint jetzt eigentlich eine praktische Größe zu sein. Also das ist glaube ich schon zu groß, weil da kümmern sie sich 90% um ihre eigenen Felder. Ich glaube, das könnten ganz gute Größen sein für solche Häuser. Also das hier ist die absolute Frechheit. Also mal so die absolute Frechheit. Weil das ergibt so absolut null Sinn. Ein 1 Ertrag. Ich mache nächstes Jahr 20 Weizen von der Fläche, die ich jetzt mit 160 gekriegt habe. Das ergibt keinen Sinn. Sammlerhörter ist wieder voll. Okay. Die müssten eigentlich alle ganz gut unterwegs sein, oder? Grundsätzlich müssten die alle ganz gut unterwegs sein. Ist hier noch eine Ruine, die ich nie aufgebaut habe. Spannend. Ja, ähm. Ich mache das jetzt hier ganz simpel und einfach zum Ende. Ich würde sagen, das war es für das Erste für dieses Let's Play. Denn ich bin der Meinung, wenn, dann müsste ich nochmal von vorne anfangen mit dem Ganzen, was ich jetzt hier gelernt habe. Wir werden uns immer im selben Kreis drehen. Bis sich aus dieser Hölle von Nahrung rauskommen, sind so viele Folgen vergangen, dass euch das nicht mehr interessiert. Wir spielen ein bisschen was anderes mal. Ich mache meinen Kopf frei. Werde mich ein bisschen vielleicht mit zwischendurch auch privat mit Männerloids mal beschäftigen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen würdet. Obwohl, ich werde wahrscheinlich das schon starten müssen, bevor ich, oder? Männerloids ist meine... Nee? Wenn ihr das seht, könnt ihr noch gerne und drunter schreiben, ob ihr eine Idee habt, was ihr gerne sehen würdet. Weil rein zurückhaltend kann ich das noch aufnehmen. Also, schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen und wir sehen uns, ja, hoffentlich bei einer der nächsten Serien. Also, bis dann. Ciao.